Was geht freundin aus, Matt? Wir switchen rüber und let's rock'n! Das Intro ist kaputt. Oh, hast du gesehen, was dir Oma Penelope geschickt hat? Lass mich raten. Donald Duck-Shore vielleicht? Nah drin. Einen aufblasbaren Kevin! Damit kannst du im Pullen. Aufblasbaren Kevin. Pull spielen. Ah, ja, das will ich unbedingt. Stabil, dass die Zeit trotzdem wieder da ist? Ey, Kevin, bitte deine Karate rum. Wir wollen zu spät kommen. Meine hängt im Badezimmer. Ich kann da nicht reingehen, weil Onkel Frank unter der Dusche kommt. Okay, damit hört's auf. Hallo. Alter! Ich will mich auch bei meinem Bruder entschuldigen. Kevin? Fuck. Oh, Buzz. Das find ich sehr nett. Okay, bei den Eltern ist das komplett nachvollziehbar. Banditen sind aus dem feuchten Gefängnis ausgebrochen. Interessantes Gefängnis. Ey, die haben echt interessante Gefängnisse dort. Aus dem feuchten Gefäng... Aua. Cedric? Ja? Trinken Sie Ihr Geld nicht in der Öffentlichkeit. Entschuldigung. Genau. Er zählt seine Getränke. Dann... Oh, Moment. Und wo das herkommt, ist noch viel mehr. Er hat ein bisschen Schokopudding bekommen. ... ... ... Ihre Unterhosen, Sir. ... 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 Ich hoffe, ihr Vater hat Verständnis dafür, dass ich gestern Abend nur das Pipi kontrollieren wollte, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Oh, er war wirklich böse. Er sagt, er hätte nicht die We- Ich wusste gar nicht, dass er Arzt ist. Weite Reise nach New York gemacht, um seinen A**en ausspionieren zu lassen. Oh, es wäre mir ein Bedürfnis, mich persönlich bei ihm zu entschuldigen. Wenn Sie einen unter der Dusche gesehen hätten, würden Sie ihn dann wiedersehen wollen? Selbstverständlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Fröhliche Weihnachten. Alter Schmarotze. Feinachten? Schmarotze. Er wünscht ihn fröhliche Weihnachten und er sagt Schmarotze? Was? Du kleiner Sch- Das ist ein verrückter Gast mit einer Kacke. Wow, hallo. Er was? Er was? Er was? Er was? Er was? Er war einfach die ganze Stadt zusammen, Alter. Wo ist die? Hey, Jungs. Junge, die ist einfach Checky-Chan auf Frau angelehnt, Alter. Bitte lächeln. Du wirfst deine Kamera runter und dafür tun wir dir nichts. Du wirst nie wieder was von uns hören. Okay? Versprichst du das? Ich schwöre bei Teufel, sonst holt mich der Gott. Das wäre auch mal interessant, wenn sowas passiert. Oh. Nur gut, dass sein Pink gerade auf 999 war. Und wahrscheinlich dort feststeckt. Harry, ich bin jetzt ganz oben. Oh, du wirst... Was war das denn? Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Was ist zum Teufel, ich ging da ab. Kevin, du hast 9 Dollar für den Schimmerservice ausgegeben. Oh, das ist sehr viel. Also ich sag mal, Inflation und so, ja, dann sind 9 Dollar schon extrem, Alter. Oh mein Gott, war das geil. Ich hoffe, ihr habt das Video so geförminiert. Dies sind die Farben, die mich und bin damit raus.